moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play spyro the dragon ja ich habe hier ein bisschen rum geguckt und ich hatte ja schon so eine theorie das hatte ich ja mal erzählt dass da hinten links um die ecke wahrscheinlich was ist und ich habe das dann probiert da hinten mit diesem blöden strudel und alles mögliche was aber alles nicht geklappt hat bis ich dann erstmal nachher geguckt habe in irgendeinem let's play frag mich jetzt nicht wer das war irgendwie was mit fox drin glaube ich ja das wäre ich nie drauf gekommen wir müssen diese turbo plattform hier noch benutzen und dann ganz bekloppten weg wieder gehen pass mal auf ich hoffe ich krieg's hin ich habe es noch nicht ausprobiert so wirklich und wir rennen jetzt rennen 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 da rein hier rum und falsch jetzt springen müssen das auch noch das geht mir einfach zu schnell verdammte kacke ich darf wieder ganz hinrennen ja ich bin schon ein paar mal wieder gestorben auf der suche hier hallo 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 du sollst richtig töten ja bitte einen kuss damit wir da den eintritt hat kaputt machen können ja hier wieder auch weg und rein hier jetzt muss ich das natürlich wieder dahin spielen aber nichtsdestotrotz ist das dann auf jeden fall die richtige lösung ist natürlich eine coole idee will ich ja gar nicht einfach abstreiten und eigentlich hätte ich aber eben speichern können ne ach ne ach scheiße ich muss ja sowieso jetzt warte das feuer ding da ich muss wieder tor wieder öffnen so komm her ich hoffe einfach mal dass da also ich habe jetzt nicht groß weiter geguckt ich habe nur gesehen dass da halt was ist aber ich weiß nicht wie viel da ist ich hoffe einfach mal dass das alles ist was da kommt dass wir noch eine suche starten müssen also ich hoffe einfach mal dass das dann alles ist da muss ja noch einiges kommen uns fehlen ja noch über 100 edelsteine die werden dann wohl alle sein also noch mal noch heute ja genau ich hasse es dieses also diese topplattformen die sind zwar eine schöne idee aber ich finde jetzt nicht unbedingt so geil das ist auch was war so ich muss hier rein da ist der controller aber den will ich gar nicht warte mal doch will ich vielleicht schon aber ich will da erstmal hin dass man hier speichern genau das machen wir eben hallo darauf einmal abspeichern falls ich jetzt noch mal wieder verrecken sollte dass ich zumindest hier noch mal starte auch zumindest weiß ich jetzt wie wir weiterkommen können also wieder zu unserer sprint plattform turbo dings gedöns hier sogar hoch da muss das einfach so perfekt klappen das ist ja noch nicht alles wir müssen einmal komisch darum wo ich eben lang gerannt bin und dann falsch dann müssen wir ja wie gesagt rüber springen und dann müssen wir noch über die schanze das schanze ist schwer zu erklären da ist auf jeden fall eine kleine anhöhe und dann kommt man da auf so ein plateau wo auch so eine eine stahl kiste noch ist die ich auch noch irgendwie öffnen muss ich weiß noch nicht hier bin ich jetzt richtig ja genau ich hasse es ich hasse es ist so ein tag da muss ich jedenfalls irgendwie rum das probieren wir jetzt noch ein paar wenn ich jetzt wieder game over gehen sollte glaube ich schneide ich euch dann ran wenn ich das einmal geschafft habe weil das müsst ihr euch jetzt nicht tausend mal antun wie ich das hier versuche so ist okay und gas geben da muss ich rein springen genau und jetzt hier hoch darauf genau da oben muss ich rauf das ist ja grausam weil das ist ja hier die plattform durch gesagt habe guck mal da ist noch was das ist das hier nämlich oder komme ich da auch wie nett danke spiel aber ich krieg die kiste nicht kaputt scheiße es sei denn hier oben ist vielleicht noch so eine fee kupano du beherrschst den super sprint jetzt meisterhaft gute arbeit und das geht so da gedanken ja ich hoffe dass hier oben noch eine fee ist damit wir die kiste kaputt kriegen dass ich hier nicht noch noch mal lang heizen muss aber das ist auf jeden fall schon mal ein fortschritt sehr geil das ist gut da brauche ich euch nicht noch mal dazu holen sondern dann bleibt jetzt einfach dabei sehr schön jetzt kommt jetzt hier noch alles ruhe ganze halle alles voll retter geil ich muss doch jetzt nicht ernsthaft von da ganz unten das können sie das können sie einem nicht zumuten glaube ich das wäre aber richtig mies wenn ich jetzt von der ganzen den ganzen anlauf machen muss dann hier in die höhle rein das kann ich mir nicht vorstellen da muss hier drin noch eine fehl sein was ist denn da so dran vorbei an den viechern natürlich nicht da komme ich so nicht dran vorbei okay wir gehen erst mal hier unten lang gucken was da ist aber das ist kein fehler auch nö das ist doch jetzt nicht euer ernst ich muss komplett bis da ganz oben hoch und dann die treppe noch hochdüsen ne tut mir leid da streike ich dann aber das ist ja dick ne 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 das kann nicht sein ja das ist wieder zu kurz ja ich hätte wieder gleiten müssen ja ich weiß ja das ist ich kann mir das immer nicht merken das ist einfach zu ach jetzt bin ich auch noch hier wie toll ey das ist doch einfach unglaublich das könnt ihr doch nicht ernsthaft wollen dass man hier rauf dann da rein rennt um die ecke rum und dann die treppe hoch flitzt das kann ich mir einfach nicht vorstellen ich versuche es einfach noch mal schnell hier vorbeizukommen das ist natürlich zu spät ist sind sie alle wach schlafen die auch noch wieder ein schlafen die wieder ein da bleiben die jetzt immer wach ich gehe mal wieder raus und das wäre auch eine möglichkeit das probiere ich erst mal so gucken schlaft ihr wieder ja okay das ist okay das ist fair dass das wäre einfach zu mies und nicht dass ich das dem spiel nicht zutrauen würde aber man ich will doch hier nur durch nein jetzt ist der eine letzte penner nicht wach kann ich ja nicht austricksen ach das ist so ist nicht wahr ist das ganz normal ich hoffe dass das wirklich möglich ist dass da oben eine fee drin ist weil sonst sonst raste ich echt ein bisschen aus muss ich ganz ehrlich sagen alle schlafen sehr schön ja genau das hatte ich gehofft und wieder raus aus dem raum und noch mal wieder rein ja es tut mir leid dass ich gerade vielleicht ein bisschen angefressen wirke aber das scheint ja doch noch human zu sein ich konnte mir das echt nicht vorstellen dass das jetzt nicht so fies ist ist es wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich einfach nur daran vorbeirennen irgendwie glücklich und dann hauptsache durch jetzt habe ich ja 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 ach komm lass mich aber ich denke mal so ist das gewollt das hoffe ich das hoffe ich wirklich was sonst das wäre echt zu fies wieso nicht aber nochmal zurück nochmal wieder rein so du penner bist schon wieder wach okay aber da kommt man irgendwie vorbei denke ich ja man muss einfach nur schnell genug sein dann kriegt man da schon irgendwie hin zumindest habt ihr diesmal jetzt ein bisschen musik ne also das ist ja schon mal was weiß nicht ob die wirklich alle der reihe nach aufwachen oder ob jeder für sich so ein weg system hat wahrscheinlich hat jeder für sich ein weg system penner so durch bin ich schon mal oh danke hier ist eine fee ey das wäre ich echt durchgedreht okay kommt hier alle töten 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 schön jetzt schaffe ich das wahrscheinlich nochmal nein jetzt hat der mich wirklich ey es ist doch oh es ist so zum kotzen ist das eine scheiß stelle okay zumindest habe ich jetzt wieder einen vollen sparks der mir aber auch nichts bringt wenn ich gleich wieder einen von dasel kriege okay den habe ich nein so nein nein oh Gott ich glaube ich spiele das jetzt jeden stück für stück ganz ruhig so erstmal einsammeln ganz in ruhe das kaputt machen die auch so gib mir nochmal einen neuen kurs bitte oder bleibt er jetzt für ewig hier bleibt er echt jetzt ist auch geil okay zumindest habe ich vielleicht jetzt alle ich weiß es nicht wenn nicht dann fliegt ach ne ah Moment ich weiß noch ich weiß noch es sind genau 50 ne das sind es hoffentlich alle bitte 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 und 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 mir fehlt nichts oh Gott seid da so runter hier äh wo muss ich nicht hin genau ja wir können natürlich jetzt auch so beenden ich weiß aber das das will ich jetzt sagen der bleibt halt Sache für immer jetzt hier ne geil das machen wir nochmal hier zu ende und dann kriegen wir hier vielleicht noch ein Leben na er hat rein zwei Folgen gekriegt aber wir können hier raus oh Gott das war echt krampf jetzt hier mein Gott da äh das war auch ein fieses Versteck ja also ja Leute wie ich kommen da nicht sofort drauf so ich will einfach hier speichern hallo da bitte drauf so dann fehlt jetzt hier nur noch ein Level und der Boss also Jack kommt natürlich noch klar und dann kommen wir in die letzte Welt in Gnastis Welt so hüpf und hüpf und hüpf und hüpf wo war das letzte das muss ja irgendwo auf der anderen Seite gewesen sein gehe ich mal stark von aus da wollen wir jetzt hin ja bleibt ihr mal da ja könnt ihr ruhig so dann den töten hier war ich ja drin das ist Dark Passage gewesen wow so ich glaube dass wir irgendwie da in die Richtung müssen wie war denn das wollen wir hier nochmal speichern ich glaube hier sind wir eher richtig ah nee dahinten war ja das Fluglevel das haben wir als erstes gemacht hm ach das ist hier ist Lofty Castle das war gar nicht Lofty Castle das war die Haunted Tower ach ich bin ja doof das war die Haunted Towers ja genau ups jetzt habe ich gerade das Headset wieder zertreten das wollte ich nicht tut mir leid ja hier wollen wir natürlich rein klar was haben wir denn jetzt hier noch für ein Level jetzt höre ich tatsächlich Frösche ok sieht bisher ganz friedlich aus ok ok die kann ich wahrscheinlich abschießen irgendwie ne so mal gucken yay oder kann ich nicht einfach ne die kriege ich oder kann ich den Ballon kaputt ah kann ich den Ballon vielleicht warte mal hin vielleicht kann ich den Ballon zerplatzen lassen ja aha ok gut äh dann Raber das sind aber keine Frösche das sollten irgendwelche huhnartigen Tiere sein glaub ich naja gut auf jeden Fall ne Flügel sag ich mal da rüber da rüber da rüber ist drauf gewesen ne so nur mal da rüber wenn das geht das geht ach du bist das wieder hab dich gar nicht gesehen so ein Teufelchen wieder hier ok 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 каче ok ok ok